Willkommen ihr Lieben bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir im Torsten. Ihr seht das heute, ich bin heute mal auf meinem Desktop, ich bin gerade reingestürzt, also spät von der Arbeit gekommen. Schon wieder Abend, ich weiß gar nicht, da unten kann man die Uhr, Toto liegt seine Uhr, okay 20 Uhr 27, das geht ja gerade noch so. Ich bin trotzdem jetzt eben erst reingeschneit, habe schnell einen Rechner angeworfen, ich habe es schon auf dem Handy gesehen. Ja, Uli ist mal wieder live und vorauf kommt oft, sehr coole Sache, finde ich echt nett, aber er ist mal wieder in den Wolken. Also er ist natürlich am Puschen, aber ich glaube er hat auch ein bisschen Klankriegsliga gezeigt, das schaue ich mir einfach im Nachgang an, das Video kommt dann immer ein bisschen später, also checkt mal wieder seinen Kanal ab. Ich glaube es kam heute auch ein Video, das gucke ich mir nachher noch an und lieben Grüß, aber wir hauen jetzt erstmal ein bisschen rein mit Clash of Clans. Und es ist wirklich, wirklich selten, dass ich in mein Dorf komme, also hier beim Toto, beim Rathaus 8, habe ich jetzt gerade gestartet. Und es ist wirklich mal selten, dass ich so lange nicht angegriffen werde. Ihr seht das hier, meine Miene und Sammler sind richtig, richtig voll und auch meine letzte Defense liegt einen Tag 8 Stunden schon zurück. Ich meine, ich habe jetzt sicherlich gar nicht mal auf, ja okay, ich habe jetzt auch nicht wirklich viel im Angebot für den Gegner. Ja, ja okay, sehe ich ein, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich nicht angegriffen wurde, weil nichts in der Pötte ist. Also wenn natürlich mal wenig drin ist, dann skippen die Gegner einen dann wahrscheinlich doch ein bisschen öfter weg auf einem Rosen-Clash-Tag. Also wir haben ja heute Rosen-Montag schon fast gehabt, der ist ja schon fast rum, aber war ja ein Chaos-Tag, wettermäßig. Und hier muss ich sagen, in der Region wird Karneval auch, ja es wird auch ein bisschen gefeiert, aber das ist keine Hochburg hier. Und die Pappnase habe ich sowieso so auf dem Jahr auf, also von daher muss ich nicht unbedingt auch noch einen Rosen-Montag haben. Aber ich meine, wer in den Hochburgen wohnt und dort auch immer schön Karneval feiert, dem sei es auch gegönnt. Karneval, muss ich sagen, war früher immer mein Fest, also so wo ich, ich sage, ich nenne mal so eine Zahl, zwischen 15 und 20 habe ich das immer gerne gemacht. Danach hat das stetig nachgelassen und irgendwann, ja, wie gesagt, da hast du immer die Pappnase auf, und dann war es noch mal ein paar Mal mit den Kindern mit, aber da hast du dann auch nur die Nase auf. Und von daher ist das, ist dieser Rosen-Clash-Tag, also er ist noch nicht mal ein richtiger Clash-Tag für mich, denn ich habe, ich habe das jetzt gerade im Vorspann gesehen, ich habe dem Olli ein bisschen zugeguckt und bin gerade reingeschneid, ich habe die Uhrzeit gesehen. Also es sind wieder späte Tage, aber trotzdem gibt es natürlich noch ein bisschen was zu clashen. Vollzugsweise aus der Liga, wir haben den zweiten Spieltag, ich glaube, das hatte ich vorher schon angedroht, den haben wir leider nicht, den haben wir noch nicht mal vergeigt. Also ich habe meine Angriffe schon vergeigt, ich glaube, ich habe einen Stern mit dem Avatar gemacht, und ich habe auch nur einen Stern mit dem Alex gemacht, und ich muss sagen, auf so einem Rathaus 10, da als Rathaus 9 Max, da tue ich mich unheimlich schwer, ihr seht, dass ich meine, das ist eine 10er Base, da geht jetzt kein Weg dran vorbei, da lasst vielleicht eine Kanone noch nicht ganz fertig sein oder so, aber als Rathaus 9, muss ich sagen, tue ich mich da unheimlich schwer, vielleicht habt ihr da irgendwie Tipps oder Tricks, wie man das effektiver macht und wie man immer zumindest irgendwo zwei Sterne auf so ein Rathaus holt, denn die Sterne, die fehlen uns, wir sind unten ein paar 9er, und dieser Gegner hier hatte unten schon solche 10er, was willst du da machen, ihr kennt das selber, ist halt ein Mismatch, aber das macht nichts, das nehmen wir so hin, das wussten wir auch, wir nehmen die EP einfach mit, ich meine, es sind immerhin 150 EP jetzt dazu gekommen, und 29 Sterne auf unser Konto, das ist auch absolut in Ordnung, aber ich habe auch mit dem anderen Rathaus 9, mit dem Schief, habe ich nie so die richtige Mischung, bzw. weiß ich nie so richtig, wie greife ich jetzt so eine Art aus an, da muss ich auch so 10er machen, und das ist immer für mich ein kleines Chaos, muss ich sagen, habe ich auch ein bisschen Respekt vor, denn so ein Single-Inferno hier, der brutzelt hier alles weg, ich meine, klar, wenn der einmal loslegt hier auf meine Ghoulis, also muss ich hier mit Massen rein, aber ich meine, ich kann auch keine Hexen jetzt als Tanks vorschicken, das funktioniert auch nicht, und dann hat er hier noch ein Eiscule im Beginn, meine Queen muss da auch ein bisschen mehr ballern auf diese defensiven Gebäude, denn die haben ein bisschen mehr Trefferpunkte, jetzt habe ich da noch zwei Helden in der Mitte, und auch mal natürlich wieder den Single-Inferno, und dann auch noch die gegnerische Queen, dann gleich, ja, es wird natürlich nichts, ich meine, den einen Stern, den kummel ich mir jetzt noch irgendwo raus, hier mit meinem Baby, da halt dann außen, denn hier ballert ja kein Adler oder so, also wie gesagt, ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, wie man das so am effektivsten macht, oder wie ihr das immer macht, wenn ihr auf solche Gegner trefft, ich bin da für jede Antwort glücklich, und würde das dann auch mal ein bisschen üben, aber so, ich meine, okay, es sind hier zwei Sterne gewesen, ja, mein Gott, zwei Sterne, ich meine, ein Sterne gewesen, immerhin die EP drin, aber ich habe auch einen ganz netten, ich habe mir jetzt eben alle Angriffe so ein bisschen durchgeguckt, und die Zweier hier, das ist alles nicht schlimm, das ist halt so, 10 auf 10 ist sowieso Bock schwer, aber 11 auf, ja, ich glaube, der Glati hier ist ein Rathaus 11er gegen Rathaus 12, der auch mal so aussehen kann, also ich meine, so kann auch ein Rathaus 12 aussehen, keine Frage, und da kannst du vielleicht dann auch als Rathaus 10er drauf, mit 240 Truppen als Rathaus 9er, ist auch so eine Base ein bisschen heftig, zumal der Adler schon auf Level 2 ist, also der Kollege hier hat dann auch zumindest die wichtigste defensive Einheit, nämlich die Adler-Atalogie, auf 2 gehabt, und wenn die loslegt hier auf dem Rathaus 10er, dann ist das schon ein Wort zum Sonntag, also da geht dann schon einiges an Schaden, und der Glati hier hat aber die Hexen hier noch nicht durchgelevelt, halt, die Hexen gehen sowieso, die gehen eh nur auf 3, die gehen ja auf Rathaus 12, er ist auf 4, also er hat hier eigentlich das Maximale am Start, die Helden sind jetzt bei ihm aber auch noch nicht so hoch, und vielleicht mit ein bisschen besseren Helden, und einer Taktik, die jetzt so einer Rundbase hier so ein bisschen entspricht, die kann man mit Luft wesentlich besser machen, hier auch mit so einer tiefstehenden Queen, wo war die Queen? Ja, ich glaube, die war hier im zweiten Kreis, aber auch mit, eigentlich auch mit so einer Kombi, hier geht es ganz gut, ich meine, wenn hier jetzt alles Max-Gebäude stehen, dann schaffst du sowas nicht mehr unbedingt mit so einer Truppe, aber der Rest ist hier ja letztendlich Rathaus, ich sag mal, Rathaus 6 bis Rathaus 9 Niveau, irgendwo so dazwischen, hat der Kollege das hier reingekummelt, aber er ist natürlich durch das Rathaus sehr, sehr hoch gerankt, weil er alle defensiven Gebäude ja raus hauen muss, das heißt, er muss ja alle gebaut haben, und naja, so hat der Glati das hier noch ganz nett gemacht, also passt schon hier in der Liga, und mal sehen, ob wir auf dem Rosen-Montag, beziehungsweise auf dem Rosen-Clash-Tag nicht noch ein bisschen was heißen können hier. So, mal sehen, nächste Runde, ähm, oh ja, nächste Runde wird ein bisschen entspannter, ich wollte, der muss gerade gucken. Okay, der Born for Korn wird hier angegriffen, mal sehen, 15 auf 15, das ist auf jeden Fall Rathaus 9 auf Rathaus 9, und das sieht eigentlich ganz entspannt aus, das riecht nach zwei Sternen, also das ist mal wieder eine kleine Chance hier, dem Gegner vielleicht ein Stern voraus zu sein, Helden 18, 17, ich denke mal, das wird mit der Kombination, Kombination mit den Walküren, nichts mehr werden, das ist einfach ein bisschen zu viel an Feuer noch hier in der Base, vor allen Dingen von dem X-Bogen, Queen ist schon gezündet, die schafft den X-Bogen, ja, die schafft den noch, okay, jetzt muss ich da aber durch eine Mauer quälen, und hier hinten quälen sich auch alle durch eine Mauer, okay, das scheint ein Hobby der Frauen zu sein, ne, Queen, Frau, Mauer, Walküre, Frau, Mauer, Bogenschützinnen, Mauer, scheint ein Hobby zu sein, so, erstmal geht jetzt der King drauf hier vom Bogenschützenturm, zack, da ist er schon mal gewesen, und auch die Queen wird hier gegen das Feuer jetzt nicht mehr bestehen können, hier hinten, die ganze Zeit, die Hexe macht hier die ganze Zeit ihr Skelette, und der Tesla kommt da nicht ran, aber jetzt ist die auch Geschichte, also zwei Sterne hier, das ist eine kleine Dev, so kann man das sagen, und der Clan-Krieg sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen entspannter aus, ich gucke mir mal mein Gegenüber an, wir müssen hier so ein bisschen den Gegenüber machen, und, oh, wieder so eine Scheiße, Och, Mann, Ah, okay, der hat diesmal Single Infernus, vielleicht mit Mars Hexen oder so, aber trotzdem, ihr seht das hier, das ist, das ist schon 10er Defensive, da tue ich mich bestimmt wieder ultra schwer hier, auch wenn das irgendwie so eine Base ist, wo du ja ganz, ganz viele Prozente hier außen irgendwo schon mal holen kannst, mit irgendwas, weil hier ja nichts daran reicht, Ach, das muss ich wieder, das muss ich wieder sehen, Leute, das muss ich echt wieder sehen, und hier oben leichter Nachteil, nur ein Rathaus, 12 mehr, das ist in Ordnung, finde ich, dafür haben wir diesmal ein Rathaus, nee, zwei, zwei Rathaus, 11 etwas mehr dabei, also es bleibt in jedem Fall spannend, Ares World heißt der Trupp hier, und die haben auch noch nichts gerissen, glaube ich, die haben einen gewonnen und einen verloren, oder täusche ich mich da, Ares World, einen verloren, oh, die haben sogar zwei verloren, okay, also, mal sehen, bleibt spannend hier, und bleibt auch spannend hier beim Toto, beim Rosen Clash Tag, was ich eigentlich dann auch so ein bisschen verpeile, ach je, okay, und beim Farm habe ich auch nicht so super Glück, ich meine, die Base ist ganz in Ordnung, der dunkle Pot ist für mich wichtig, ich würde gerne meinen King so ein bisschen weiter leveln, da hat er was im Ausbau, aber ich habe, ihr seht das, ich habe noch Vierer, ich habe eigentlich noch Rathaus-Sieben-Truppen, ich habe noch Rathaus-Sieben-Truppen, also wird das sowieso schon wieder Bock schwer, wo geht denn der Riese hin, okay, der Riese geht nach da, dann, ich heile die hier mal durch, denn, schaffen das meine Mauer, auch meine Mauerbrecher packen das dann nicht mal, scheiße, ist auch kein Wunder, dass die das nicht packen, warum sollten ihr das schaffen, wenn da schon so ein Level 6 Magiertum ballert, ist dann schon schwer genug, okay, dann gehen wir einmal mit unseren Spaß-Truppen hier rein, Spaß-Truppen ist gut, ich meine, okay, das sind jetzt ein paar nette Barbaren, Ah, jetzt latschen die außen rum, Ah, nein, 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 oh, nö, oh, 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 ganz böse hier, ganz böse, ganz böse, ach, scheiße, jetzt, jetzt erwischt es mich mal wieder richtig, Toto, jawohl, aber, oh, der Gift war gut, oh, der Gift war gut, okay, der Gift war nicht schlecht, jetzt nehmen wir die nochmal in Wut, ob die hier vielleicht durchgehen, da ist schon mal der King durch und durch die Lücke, Da könnten doch jetzt auch die Kleinen nochmal durch. Kommt ein, zwei Schüsse da hinten auf das Lager. Aber der, Bäm, der Minenwerfer dort, der macht sie mir jetzt alle weg. Das heißt, ich kriege hier nicht einen einzigen Tropfen dunkles hier. Und ich kriege nicht mal einen Stern. Ja, super. Klappt ja gut hier. Wir machen in jedem Fall noch einen zweiten. Geht ja gar nicht. Ich glaube, ich muss mal ein paar Magier hier mit einpacken. Ich glaube, das ist dann an der Stelle ein bisschen besser. Und lasse mir jetzt auch mal eine etwas andere Clanburg geben. Puh, unterirdisch. Echt unterirdisch. Die nehme ich aber ruhig nochmal mit als zweite Armee. Die nächste, da habe ich jetzt ein paar Magier dabei. Und dann fordern wir hier ein paar Bohler an. Ja, mache ich mal Bohler, Bohler, Bohler. Nein, nicht Boden. Nicht Bodengift, sondern Bohlergift. Da machen wir in jedem Fall noch einen zweiten. Ihr habt das gesehen, dass ich in jeder Folge so ein bisschen anderes Rathaus booste. Auch dieses hier booste ich jetzt nochmal. Ist, glaube ich, jetzt der letzte Tag im Boost. Und weil ich wollte die Boost ja auch nicht einfach so immer einen anstoßen, eine Armee machen und dann irgendwie nichts mehr tun. Das ist dann auch ein bisschen doof. Deswegen habe ich mir immer einen Tag ein Rathaus geschnappt. Und da machen wir einen kurzen Reckcut und machen wir einen zweiten Angriff. Ah, die Gier ist groß, ne? Alter, was für ein Dorf. Heftig, heftig, okay. Aber ihr kennt das sicherlich. Ab und zu hat man ja mal so einen kleinen Glücksgriff. Aber ich denke mal hier irgendwo in der Mitte bei King und Queen. Da lauern bestimmt, denke ich mal, kann ich mir zumindest vorstellen, da lauern bestimmt Max Teslas. Mal sehen, wie können wir den jetzt machen, was brauchen wir denn am dringendsten. Ich meine, ich kann jetzt nicht alle Riesen über die gesamte Front hier setzen. Deswegen, ich brauche das Elex, glaube ich, als nächstes am dringendsten. So will ich das mal sagen. Dann schlagen wir hier mal, versuchen wir mal hier eine Schneise zu schlagen. Und hier durch die Mauer zu gehen. Denn hier müssten eigentlich meine Truppen jetzt ganz gut durchgehen. Ja, hier gehen die Truppen in jedem Fall ganz gut durch. Ich spare mir mal so ein paar Truppen jetzt auf für das Gold da auf der anderen Seite. Also auf der Seite hier 3 Uhr. Da sind ja die ganzen Lager voll. Ich meine, hier in der Mitte ist jetzt nichts. Was heißt ist nichts? Da gehen jetzt meine Truppen erstmal durch. Dann giften hier mal die Helden durch, dass sie nicht so viel Schaden machen. Und einmal hier in der Mitte den Heil geworfen. Vielleicht gehen die auch bis ans andere Ende ja ganz, ganz, ganz gut durch. Das sieht zumindest schon mal gut aus. Und ich glaube, ich kann jetzt schon, naja, ich kann hier schon mal eine Barbaren reinschicken. Also haben wir hier schon mal so ein bisschen Lot gefunden. Aber den 2 Millionen Fight, den zeige ich euch gleich auch. Das war mal, das war mal wieder, muss ich sagen, der Hammer. Und kriegen wir das alles ja. Immerhin, immerhin ein bisschen was geholt. Oh, Alter, ich habe das gar nicht gesehen. Hier unten die Kanonen, die Kanonenfront. Oh nein. Shit, aber ist nicht, ist nicht so schlimm. Wir haben ihn so ziemlich, ja, wir haben ihn alles abgeluchst. Also es geht ja doch. Und einfach nur ein bisschen Geduld haben, ein bisschen geduldig durchgeklickt. Und es geht noch, es geht noch. Meine Tanks leben alle nicht mehr, okay. Und ja, die könnten das noch packen hier. Jetzt kriege ich sogar zwei Infernos auf meinen Zähler. Denn auch die Aus-Infernos zählen ja zur Tat. Mache ganz, ganz viele Inferno-Türme hier. Ja, das sieht gut aus. Das ist nur noch Einzelbeschuss. Drei, nee, drei. Drei, eins, zwei, drei. Drei Sterne für mich. Drei Sterne für mich, sauber. Saubere Sache. Also echt cooles Ding. Und da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen zu früh gefreut. Scheiß. Okay, habe ich mich zu früh gefreut. Fast drei Sterne. Aber wir wollten ja nicht, wir wollen ja gar nicht die Sterne. Wir wollen den Lot hier. Aber den dicken Lot hier hat hier, glaube ich, der Tenta eben geholt. Zwei Millionen war ja im Titel zumindest auch so versprochen. Und jetzt muss ich auch mal gucken, wo er denn hier war. Ah, da ist er, zwei Millionen Lot. Alter Falter, das habe ich. Ich meine, wenn er das dann schon schreibt, dann wird das wohl stimmen. Also gucken wir mal rein. Und, ah, Donnerwetter. Donnerwetter. Echt nicht schlecht. Und ich habe unter meinem Video auch immer einen Link, wo ihr auch was reinposten könnt, wenn ihr was habt für mich. Ich habe jetzt auch schon länger nicht geschaut, weil da war mal eine ganz, ganz lange Folge. Da hatte irgendeiner eine komplette Folge für sich aufgedreht. Das kann ich natürlich hier bei mir denn so nicht zeigen. Aber wenn ihr einen coolen Fight habt, kein Thema. Und ich dann auch mal wieder in meinen Google Drive reinschaue, beziehungsweise die E-Mail. Ich habe meine E-Mail nämlich mal gewechselt. Zu einer, ich glaube, es ist jetzt eine Gmx-Adresse dahinter, wo ein bisschen Post landen kann. Also könnte mir dann gerne schicken. Überhaupt kein Thema bin ich immer für zu haben. Auch sowas von euch zu zeigen. Nichts gekostet, aber das stimmt schon. Jemand hatte in die Kommentare geschrieben, 80% sind die günstiger. Wie günstig willst du das noch haben? Stimmt schon. Stimmt schon. Gerade die Elex-Zauber, die immer weit über 30.000 liegen. Das ist schon mit 80% ist das schon sehr, sehr nett gewesen. Die Boost-Woche hier, auch wenn ich sie nicht ganz ausnutzen konnte. Das ist aber, für mich ist das alles nicht so schlimm. Manchmal ärgert es mich so nach dem Motto, ah, Toto, jetzt auch mal eine Stunde besser boosten können. Aber manchmal geht es halt auch nicht. Und also, schönes Ding hier. Gute 2 Mille in Champions 3. Der Bonus kam da auch noch drauf. Richtig krasses Ding hier von Tenta aus unserem Clan hier. Und ich lese auch immer wieder die Kommentare. Toto, kann ich einfach so anfragen hier im Clan? Herausforderer. Ich habe die Tage, habe ich schnippisch drunter geschrieben. Nein, ihr müsst erst über losgehen und dürft dann anfragen. Natürlich. Wenn ihr passendes Rathos habt, immer rein hier. Aber wir suchen natürlich auch ein bisschen festes Personal. Also nicht nur irgendwelche hingefallenen Accounts, die einfach mal hier beim Toto im Clan sein wollen. Und dann hier nichts machen. Beziehungsweise dann einfach wieder abhauen. Oder weiß der Geier. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Sie ist jetzt, oh, ich schaue gerade auf den Tacho. Die ist gerade ein bisschen länger geworden. Ich lasse mal so einen kleinen Timer nebenher laufen. Wie lange meine Folgen denn so in etwa werden. Und die wird jetzt schon wieder ein bisschen länger. Aber nicht zu lang. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns in dieser Woche. Bis dahin, euer Toto geclasht.